Zum Shopping ins Nachbarland. Zwischen Bayern und Baden-Württemberg ist das gerade wieder groß in Mode. Während der Verwaltungsgerichtshof im Freistaat alle Regeln gekippt hat, gilt in Baden-Württemberg in vielen Fällen weiterhin 3G. Rainer Wolf hat Geschäfte auf beiden Seiten der Landesgrenze und spürt die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen. Wir haben natürlich feststellen müssen, dass jetzt in Baden-Württemberg, sprich in Ulm, die Umsätze deutlich niedriger sind wie eben in Bayern. Also die Leute werden definitiv vom Einkaufen abgehalten und das tut uns natürlich schon sehr, sehr weh. Ulm und Neu-Ulm sind dabei kein Sonderfall. Der Handelsverband Baden-Württemberg stellt das Phänomen des Einkaufstourismus auch in anderen Gegenden fest. Am stärksten war es ausgeprägt, als noch die 2G-Regelung galt. Mit 2G werden circa 30 Prozent der potenziellen Kunden ausgeschlossen. Sie dürfen nicht einkaufen. Umgekehrt auch die Leute, die einkaufen dürfen, haben keine Lust, sich überall Kontrollen zu unterwerfen. Und das führt natürlich dazu, dass gerade im Großraum Ulm-Neu-Ulm viele Ulmer nach Neu-Ulm zum Einkaufen gehen, weil Bayern hier die besseren Gesetze hat. Das Problem, Ulm und Neu-Ulm sind fast wie eine große Stadt. Über die Brücke ist man auch schnell zu Fuß im anderen Bundesland. Das sieht der Ulmer Einzelhandel mit Sorge. Auch in Bayern bzw. anderen Bundesländern, in denen im Handel nicht kontrolliert werden muss. Und wir wünschen uns das für Baden-Württemberg und speziell für Ulm natürlich schon sehr. Vor allem in der Doppelstadt ist das einfach schwierig aktuell. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat bereits angekündigt, die Regeln für den Einzelhandel nicht verschärfen zu wollen. Baden-Württemberg stellt dagegen keine Lockerungen in Aussicht. Der Shopping-Tourismus in den Freistaat wird also noch länger attraktiv bleiben.